Der Prolog von Uchrit vom 30. November Gedenken Der heilige und hochgepriesene Apostel Andreas, der Erstberufene, war der Sohn des Jona und Bruder von Petrus. Er wurde in Bethsaida geboren und war von Beruf Fischer. Zuerst war er ein Jünger des heiligen Johannes des Täufers, doch als der heilige Johannes auf den Herrn Jesus wies, wobei er sagte, seht das Lamm Gottes, Johannes 1, Vers 36, verließ Andreas seinen ersten Lehrer und folgte Christus. Dann brachte Andreas seinen Bruder Petrus zum Herrn. Nach der Herabkunft des heiligen Geistes fiel auf Andreas, den ersten Apostel Christi, das Los, das Evangelium in Byzanz und Thrakien zu verkünden, dann in den Ländern entlang der Donau und in Russland, um das Schwarze Meer und schließlich in Epiros, Griechenland und auf dem Peloponnes, wo er das Martyrium erlitt. In Byzanz setzte er den heiligen Stachis als ersten Bischof ein. In Kiew stellte er ein Kreuz auf einem Hügel auf und prophezeite eine helle christliche Zukunft für das russische Volk. In Thrakien, Epiros, Griechenland und auf dem Peloponnes bekehrte er viele Menschen zum Glauben und weihte Bischöfe und Priester für sie. In der Stadt Patras wirkte er im Namen Christi viele Wunder und gewann viele für den Herrn. Unter den durch ihn zum Glauben gekommenen waren der Bruder und die Frau des Prokonsuls Aegeates. Dadurch erbost ließ Aegeates Andreas matern und dann kreuzigen. Solange der Apostel Christ noch lebte am Kreuz, gab er nützliche Unterweisungen den Christen, die sich um ihn versammelt hatten. Die Menschen wollten ihn vom Kreuz nehmen, doch er ließ das nicht zu. Dann betete der Apostel zu Gott und ein ungewöhnliches Licht umgab ihn. Diese helle Lichterscheinung dauerte eine halbe Stunde und als sie verschwand, übergab der Apostel Gott seine heilige Seele. So beendete der erstberufene Apostel, der erste unter den zwölf großen Aposteln, der den Herrn erkannte und ihm folgte, seinen irdischen Weg. Der heilige Andreas erlitt das Martyrium für den Herrn im Jahr 62. Seine Reliquien wurden nach Konstantinopel gebracht, sein Haupt später nach Rom und eine Hand gelangte nach Moskau. Der heilige Frumentius, der Erleuchter von Abyssinien. In der Zeit des Kaisers Konstantin des Großen reiste ein gelehrter Mann namens Meropius nach Indien. Er nahm zwei junge Christen mit, die Brüder Edesius und Frumentius. Auf der Reise erlitten sie in einem Sturm vor der Küste von Abyssinien Schiffbruch und die wilden Abyssinier töteten alle auf dem Schiff, außer den beiden Brüdern. Sie lebten daraufhin einige Jahre in Abyssinien und es gelang ihnen, in den Dienst des Abyssinischen Königshofs zu treten. Frumentius begann, den christlichen Glauben zu verkünden, zuerst sehr vorsichtig, wobei er überzeugt war, dass dieses Land für die Verkündigung fruchtbar sei. Dann begaben sich die Brüder auf Schiffsreisen. Edesius fuhr zu seinen Eltern nach Tyrus, Frumentius nach Alexandria, zu Athanasius dem Großen. Frumentius erklärte dem Patriarchen die Situation in Abyssinien und bat um Hürden für die Neubekehrten. Der heilige Athanasius weihte Frumentius zum Bischof. Der heilige Frumentius kehrte nach Abyssinien zurück, wo er durch seinen Eifer und seine Wunder noch zu Lebzeiten alle Abyssinier zum christlichen Glauben bekehrte. Dieser große Hürde der Kirche, der Erleuchter von Abyssinien, entschlief in Frieden im Herrn im Jahr 370 und ging, um im Reich seines Herrn zu leben. Lobeshymne Der heilige Apostel Andreas, der Erstberufene Der heilige Andreas durch den Geist erleuchtet und erstberufener Apostel Christi verkündete den Herrn Tag für Tag und taufte die Menschen mit dem Kreuz. Wie ein Gärtner durch den eigenen Garten, so ging er durch Stadt und Dorf und propfte geschickt wilden Bäumen die guten Sprösslinge auf. Mit lebendigem Wasser bewässerte er sie, bis er zum Ende seiner Tage kam und sah, dass das Kreuz ihn erwartete. Voll Freude sagte Andreas zum Kreuz, Sei gegrüßt, Kreuz! Gott hat dich geheiligt! Christus heiligte dich mit seinem Leib. O Kreuz, sei du meine Ruhestätte! Nimm mich vom Staub der Erde, erhebe mich zu Gott in die Höhe und möge Christus mich von dir abnehmen, Christus, der um meinetwillen an dir gekreuzigt ward. Jünger des heiligen Täufers und Apostel Christi des Erlösers, O Andreas, erstberufener Stern, hilf uns durch deine Gebete. Betrachtung Alles ist den Aposteln gegeben, sagt der heilige Johannes Christosdomos. Das bedeutet, alle Gaben, alle Kräfte, die ganze Fülle der Gnade, die Gott allen Gläubigen schenkt, ist den Aposteln gegeben. Wir sehen dies im Leben des großen Apostels Andreas, des Erstberufenen. Er war Apostel und Evangelist, Prophet, Hürte und Lehrer. Epheser 4, Vers 11 Als Evangelist trug er die gute Nachricht des Evangeliums in die vier Winkel der Erde. Als Prophet prophezeite er die Taufe des russischen Volkes und die Größe, die die Stadt Kiew als ein Zentrum des Christentums erlangen würde. Als Hürte gründete und organisierte er viele Kirchen. Als Lehrer unterwies er unermüdlich bis hin zu seiner Kreuzigung und sogar noch am Kreuz bis zu seinem letzten Atemzug. Und als Krönung all dessen war er auch noch ein Märtyrer. Und dies war ein Geschenk des Heiligen Geistes, das nicht allen gegeben wurde. Wir sehen bei diesem Apostel, wie auch bei allen anderen, die Fülle der Gnade des Heiligen Geistes. Dass jede Tat, die von einem Jünger Christi vollbracht wird, durch die Gnade getragen werden muss, wird durch den Heiligen Frumentius bestätigt. Als er von Alexandria aus nach Abyssinien als geweihter Bischof zurückkehrte, begann er große Wunder zu vollbringen und brachte so die Menschen in großen Massen zum Glauben. Der neidische König fragte ihn, Du hast unter uns so viele Jahre gelebt und wir haben niemals gesehen, dass du solche Wunder vollbrachtest. Woher kommt es, dass du sie jetzt vollbringst? Daraufhin antwortete der gesegnete Frumentius, Dies ist nicht meine Tat, sondern die Gnade der Priesterschaft. Und der Heilige erklärte dann dem König, wie er um Christi Willen seiner Eltern des Ehestandes und der ganzen Welt entsagt hatte und wie er aufgrund der Weihe durch die Hände des Athanasius die Gnade der Priesterschaft empfangen hatte, die Gnade der Wundertätigkeit. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über Adams und Evas geistigen Fall. Genesis 2 Wie die Schlange Begierde und Hochmut in Eva hervorrief. Wie die begehrliche und hochmütige Frau Gottes Gebot übertrat und vom Baum der Erkenntnis aß. Wie Eva sündigte, nicht in Armut und Bedürftigkeit, sondern inmitten der Fülle. Homilie Über Unwissenheit und die Herzenshärte der Heidenvölker Lebt nicht mehr wie die Heiden in ihren nichtigen Denken. Ihr Sinn ist verfinstert. Sie sind im Leben, das Gott schenkt, entfremdet durch die Unwissenheit, in der sie befangen sind und durch die Verhärtung ihres Herzens. Epheser 4, Verse 17 bis 18 Was ist die eitle Nichtigkeit, meine Brüder? Alles, was man außerhalb Gottes sieht, abgeschnitten von Gott und was ohne die Furcht Gottes vollbracht wird. Was ist die Eitelkeit des Geistes, meine Brüder? Zu leben und das Leben nicht durch Gottes Gesetz zu deuten, sondern durch die eigenen strömenden Gedanken und Wünsche. Woher kommt dieses Übel zum Menschen, meine Brüder? Zuerst durch die Verhärtung des Herzens und dann durch die Unwissenheit, die in ihnen ist. Was bedeutet Verhärtung des Herzens, meine Brüder? Es bedeutet ein Herz ohne Liebe zu Gott, gefüllt mit Begehrlichkeit und der Frucht vor allem, das den Leib bedroht. Was ist die Frucht eines steinernden Herzens, meine Brüder? Unwissenheit, völlige Unkenntnis göttlicher Dinge, göttlicher Wege und göttlicher Gesetze. Ein Herz, das völlig abgestumpft gegenüber dem geistlichen Leben und geistlichen Gedanken ist. Was ist das letzte Ende der Versteinerung des Herzens und der Unkenntnis der göttlichen Wahrheit? Ein Verstand, der verfinstert und vom Leben Gottes entfremdet ist. Ein verdunkeltes Verständnis, der Geist wird so dunkel wie die innerliche Tätigkeit des Körpers. Das Licht, das im Menschen ist, wird zur Dunkelheit. Und was für eine Dunkelheit! Ein verfinstertes Verständnis wird zum verfinsterten Geist. Ein Mensch, dessen Geist verfinstert ist, kann nicht den Sinn von irgendetwas erkennen. Solch ein Mensch ist vom Leben Gottes entfremdet und er welkt und stirbt wie ein Körperteil, der abgeschnitten wurde. So sind die Heiden, so sind die Gottlosen und so sind letztlich auch falsche Christen und die Kleingläubigen. Doch sogar trockenes Holz kommt zum Leben, wenn es in den lebensspendenden Wassern Christi eingeweicht wird und bringt neue Triebe hervor. Und die vertrocknete heidnische Welt wurde vom Herrn auferweckt und mit Leben versehen. So geschieht es auch bei den sündigen Christen, wenn sie bereuen. Lasst uns auf uns selbst schauen, meine Brüder. Lasst uns das jeden Tag tun. Lasst uns uns selbst jeden Tag fragen, ob wir nicht durch eitle Nichtigkeit verfinstert worden sind, entfremdet dem Leben Gottes. Der Tod wird bald kommen und das Ende und das Gericht. Das trockene Holz wird ins unauslöschliche Feuer geworfen. O Herr Jesus, unser Geist und unser Leben, hilf uns durch dich zu denken und mit dir zu leben. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.